Goethe-Zertifikat B1 Prüfung sprechen Thema Braucht man heute Kreditkarte? In meiner Präsentation möchte ich mich mit dem Thema Braucht man heute eine Kreditkarte beschäftigen? Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Ich bin schon seit vielen Jahren zufriedene Besitzerin einer Kreditkarte und kann diese jedem weiterempfehlen. Aber ich kann nur das ausgeben, was ich vorher auflade. Und dass ich keine Verbindung zum Konto habe, finde ich sehr gut. Weil ich gerade beim Online-Shoppen so wenige Daten wie möglich hergebe. Vor kurzem habe ich eine Kamera im Internet mit meiner Kreditkarte gekauft und war sehr zufrieden damit. Also, ich habe genug Erfahrung mit einer Kreditkarte. In meinem Heimatland interessieren sich die Leute nicht vor Kreditkarten. Sie ist in Armenien nicht so beliebt. Bei uns bezahlen die Leute nur manchmal mit einer Kreditkarte. Früher waren Kreditkarten bei uns einfach nicht sicher. Es gab so viele Punkte im Talentsvertrag, denen man nur zur Hälfte verstehen konnte. Heutzutage ist die Situation ein bisschen anders. Aber die Jahresgebühr ist trotzdem hoch. Jede Münze hat aber zwei Seiten. Also es gibt ein paar Nachteile und auch Vorteile. Als Vorteil höre ich häufig das Argument, dass man mit der Kreditkarte weltweit bequem und sicher bezahlen kann. Dazu zählen zum Beispiel Flüge, Hotels, Restaurants. Auch Tickets für Konzerte und beliebte Sportveranstaltungen können häufig nur mittels Kreditkarte bezahlt werden. Egal wo sie sich auf dem Globus gerade aufhalten. Aber die Kreditkarten haben auch einige Nachteile. Es kann passieren, dass die Geschäfte die Kreditkarte nicht annehmen und man bezahlt am Monatsende die Gebühren. Man kann auch nicht in alle Geschäfte mit Kreditkarte zahlen. Außerdem muss man eine Jahresgebühr zahlen. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass Kreditkartennummern im Internet gestohlen und missbraucht werden können. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass man das Limit möglichst niedrig setzt. Gerade wenn man häufig im Internet kauft, ist eine Kreditkarte sinnvoll, um schnell und bequem zu zahlen. 500 Euro sollten erst mal ausreichen, um trotzdem lustige Dinge zu tun, wie etwa Autos mieten oder Flüge und Hotels buchen. Und auf jeden Fall muss man immer auch Bargeld dabei haben. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.